In diesem Video geht es um Server. Ich erkläre dir, was das bedeutet, wofür er verwendet wird und wie er funktioniert. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen. Ein Server ist ein leistungsfähiger Computer, der dazu dient, anderen Computern, die als Clients bezeichnet werden, Dienste bereitzustellen. Server können verschiedene Aufgaben erfüllen, wie das Speichern von Dateien, das Ausführen von Webseiten, das Senden und Empfangen von E-Mails und vieles mehr. Es gibt viele verschiedene Arten von Servern und jeder Typ hat eine spezifische Aufgabe. Ein Web-Server beispielsweise speichert Webseiten und sendet sie an die Computer der Benutzer, die sie anzeigen möchten. Ein Mail-Server kümmert sich um das Senden, Empfang und Speichern von E-Mails. Ein Datei-Server speichert und teilt Dateien in einem Netzwerk. Es gibt auch viele andere Arten von Servern, die spezialisierte Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel Spiele-Server für Online-Spiele oder Druck-Server zum Verwalten von Druckaufträgen in großen Büros. Server haben typischerweise leistungsfähigere Hardware als normale Heimcomputer, einschließlich schnellere Prozessoren, mehr Speicher und größere Festplatten. Sie müssen in der Lage sein, viele Anfragen gleichzeitig zu verarbeiten, ohne langsamer zu werden. Server sind in der Regel rund um die Uhr in Betrieb und müssen daher sehr zuverlässig sein. Server laufen auch mit spezieller Software, die als Serverbetriebssystem bezeichnet wird. Es gibt verschiedene Arten von Serverbetriebssystemen, darunter Windows Server, Linux und Unix. Diese Betriebssysteme sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen von Servern erfüllen und die Ressourcen des Servers effizient verwalten können. Das Internet besteht aus Millionen von Servern auf der ganzen Welt. Wenn du eine Webseite besuchst, sendet dein Computer eine Anfrage an den Server, der die Webseite hostet. Der Server sendet dann die Webseite zurück zu deinem Computer, sodass du sie in deinem Webbrowser anzeigen kannst. Wenn du eine E-Mail sendest, wird sie von deinem Computer zu einem Mail-Server geschickt, der sie dann an den Mail-Server des Empfängers weiterleitet. Da Server viele wichtige Daten speichern und verwalten, ist ihre Sicherheit von großer Bedeutung. Server können durch Firewalls, Antivirenprogramme und andere Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden. Es ist wichtig, Server regelmäßig zu aktualisieren und zu warten, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben und gut funktionieren.